Willkommen in Bikini Bottom, ein normalerweise friedlicher Zufluchtsort im Meer. Heute wird er sich in ein Theater des Schreckens verwandeln, in dem unser kleiner gelber Freund die Hauptrolle spielt. Der große Tag ist gekommen. Ich habe einen genialen Plan ersonnen, um endlich das Rezept für den Krabbenburger zu entwenden. Und wenn Bikini Bottom dabei vernichtet werden sollte, was soll's? Mit meinem nagelneuen Duplikator Tron 3000 klole ich eine Armee aus Robotern, die auf meinen Befehl in Chaos und Verwüstung anrichten wird. Noch ein letzter Blick auf die Checkliste. Mal sehen. Punkt Nummer 1 ist Plankton ein Genie. Antwort ja. Okay, Checkliste abgehakt, den Schalter umlegen. Willkommen, meine absolut gehorsame Roboter-Awe. Augenblick, ich mach nur schnell ein Foto für mein Album. Hey, hallo. Was glaubt ihr, was ihr da macht? Oh nein, 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 nein. Wartet, halt. Ich bin euer Meister. Ich hab euch erschaffen. Nein, nein, nein. Das gute Geschirr. Ein wunderbarer Tag, um mit Robotern und Rennpferden zu spielen. Ja, nur schmeiß ich die Rennpferde und Roboter immer durcheinander. Wäre es nicht toll, wenn wir echte Roboter hätten, Patrick? Meiner hieße Robo Junior oder Zoron oder vielleicht auch Frankie. Ja, diese unechten Roboter sind echt langweilig. Hey, was passiert wohl, wenn wir die Roboter hier reinstecken? Damit sie es sich hier gemütlich machen. Das ist nicht irgendein Schneckenhaus. Das ist mein magisches Wunschschneckenhaus. Wow, das ist toll, Patrick. Also, wir stecken die Spielzeugroboter hier rein. Okay. Wir sagen die magischen Worte und schütteln das magische Wunschschneckenhaus. Okay. Dann gehen wir schlafen und am nächsten Morgen können wir mit echten Robotern spielen. Aber Patrick, müssen wir nicht erst die magischen Worte sagen? Hast du doch schon. Okay ist also das magische Wort? Früher war es a la Kazama, a la Bano, wie es nun die Kitana-Fußball-Kindel mit's von Wiener-Schnauzer. Aber das habe ich immer vergessen. Bist du sicher, das klappt? Sicher. Letzte Woche hatte ich nur einen großen Kekskrümel. Und ich hatte so großen Hunger, dass ich den Krümel in das magische Wunschschneckenhaus steckte. Dann sagte ich das magische Wort und schüttelte es. Und am nächsten Morgen hatte ich ganz viele kleine Kekskrümel. Patrick, ich verkünde, dass morgen der beste Tag überhaupt wird. Gute Nacht, Spongebob. Gute Nacht, Patrick. Am nächsten Morgen. Roboterfreunde, 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 Roboter... Oh, Gary, warst du das? Tja, Gary, sieht ganz so aus, als hätten wir ein Problem. Ich werde wohl noch viel lernen müssen, um das Chaos hier aufzuräumen. Miau. Was für eine fantastische Idee! Diese Schilder bieten mir Wichtige und Hilfe an. Aber wie kann ich die Schilder lesen? Miau. Ah, okay. Drücke diese Taste um. Miau. Wenn ich also nochmal mit dir reden möchte, muss ich lediglich zu dir hingehen und diese Taste drücken. Ich lege jetzt besser mal los, Gary. Ich glaube, das wird ein ziemlich langer Tag. Ich würde mir ja gerne einen Imbiss machen. So hübsch. Ich halte es nicht aus. Ich habe jetzt Hail. Ich halte es nicht aus. Ja, da bin ich nadal. Untertitel, Jude, Scott. Ich halte es nicht wahr. Überursch. Ich halte es nicht mehr für mich. Ich halte es nicht mehr als sein. Allesech Teuf. Ich würde mir ja gern einen Imbiss machen, aber ich habe keine Zeit. Ich werde ein bisschen auf dem Fett rumhüpfen. Ich fühle mich wie ein neuer Schwab. Ich fühle mich wie ein neuer Schwab. Da bewahre ich meine ganzen alten Comic-Häfte auf. Da bewahre ich meine ganzen... Da bewahre ich meine ganzen alten Comic-Häfte auf. Da bewahre ich meine ganzen alten Comic-Häfte auf. Ich würde mich heute suche zur Verbennungen haben. Ich werde es wirklich gut machen. Das war mir Naja. Ich würde mich überrascheneig und zwar, dass ich hinterher werde. Musik Musik Vielleicht ein bisschen auf dem Bett rumhüpfen Musik Manchmal ist es total befriedigend, einfach einen Knopf zu drücken Drück, 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 drück Musik Musik Da bewahre ich meine ganz alten Comic-Hefte auf Musik Musik Untertitelung. BR 2018 Musik 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 Jetzt kann ich sogar vier Unterhosen tragen Das ist klasse Frisch wie eine Frü... Ich finde, du solltest ein paar neue Blasen machen Blasenmoves lernen, wenn du die Reise in die neunte Dimension antrittst, um den Riesenaffenmann zu besiegen Aber ich muss doch nur herausfinden, wie ich diese Roboter loswerde Ach ja, tut mir leid, ich hab wohl zu lange in Seifenlauge gebadet Wo waren wir gerade? Äh, es ging um neue Blasenmoves Richtig, drücke diese Taste, um dich geradewegs in die Luft zu befördern Und zwar mit Blasenkraft, die alles besiegt, was direkt über dir ist Die Blasenmoves Danke, du schaffst! Hier steh das, wie du, um mögliche Was da, eine Blasenmoves Ich bin ein Dokument, das war so, was da ist Das war das Wchen. Das ist genau, was da los in der Tatooie 落t oben in der Tatooie Gefangeln wird, wie ich charmige Ich bin ein Dokument, weil ich irgendwie ein Dokument Oh, 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 oh. Das war's für heute. Musik 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 Ah, die grünen Ügel der Quallenfelder. Ein Ort, um die pure Natur zu erleben. Und manchmal auch ein paar Stiche. Musik Musik Ohhhhhhhhh. Ohhhhhhh. Ohhhhhhh. Na toll. Aauuu! Ohhhh... Aauuu! Hadeus, alles in Ordnung? Nichts ist in Ordnung, du Sportenkopf, sehe ich aus, als wäre alles in Ordnung. Naja, deine Nase sieht ziemlich groß aus. Ich meine größer als üblich, denn sie ist doch sonst schon ziemlich groß. Und du schwitzt und... Ach du meine Güte, du hast eine Glatze! Ich hatte schon immer eine Glatze, aber jetzt bin ich überall zerstochen. Nun, laut des Qualenfischer Feldhandlungs können heftige Qualenstiche effektiv behandelt werden, indem man eine dicke Schicht Gelee des Qualenkönigs auf die betroffenen Stellen schmiert. Ja, dann wirst du wohl zum Göffelberg aufbrechen und durch die gemeinen Tentakel des Qualenkönigs einen schrecklichen Tod sterben müssen. Ich bleibe hier und leide derweil an unerträglichen Schmerzen. Mach das! Keine Sorge, Thaddeus. Ich werde dir das Gelee des Qualenkönigs bringen, damit du dich überall damit einreiben kannst. Ich werde dir das Gelee des Qualenkönigs bringen. Gehe, Scheine Sorge, Thaddeus. Heute können wir keine Qualen fangen. Ich muss nämlich Roboter fangen. Ich fühle mich wie ein neuer Schwamm. Nenn mich auch Schwaminator. Ich fühle mich wie ein neuer Schwamm. Das war's für heute. Noch ein Funk für Fredrick. Schemke öffnen ist klasse. Verstehen. Untertitelung des ZDF. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Hart wie ein Fels Oh, Geschenke aus Holz Kaboom Au! Au! Man nennt mich auch Schwaminator Kumpelblase! Ach, heute wollen aber auch alle helfen Sei da vorne leise Dieser Qualmkönig befindet sich mitten auf dem Weg Danke, Kumpelblase Frisch wie eine Frühlingsbrise Ich wusste ja, dass der Qualmkönig groß ist Aber wer hätte gedacht, dass er eine so schöne Stimme hat? Jeden 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 Ich fühle mich wie ein neuer Schwab. Nimm das! Frisch wie eine Frühlingsbrüse. Oh, ouch! Ich fühle mich wie ein neuer Schwamm. Hallöchen. Offenbar muss man am Ende dieser Rampe einen großen Sprung machen, um diese goldenen Pfandwänder zu erreichen. Cowabunga! Wow, das ist aber ein mächtig großer Sprung. Ich hoffe, ich schaffe das. nehme meine Hucke. Das ist 사ange. Ich hoffe, ich schaffe meinen tape. Vielen Dank.